Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Klaronis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Violier, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Heute geht es um Detektivarbeit in der Medizin. Es ist nämlich nicht immer einfach herauszufinden, was hinter den Beschwerden steckt, vor allem wenn die unspezifisch sind. Dann ist der Arzt der richtige Detektiv. Nehmen wir das Beispiel der sogenannten neuroendokrinentumoren. Die sind manchmal erst durch eine Zufall oder eine Notfallsituation entdeckbar. Und so durchlaufen Patienten eine lange Odyssee, bis man herausfindet, was mit ihrem Körper nicht stimmt. Im Laufe des Jahres war ich bei der Hausärztin, Plusvertretung, bei der Gynäkologin, im Frauenspital, Gastro, Pluszweite Meinung, mehrere Stationen für die Bildgebung und bei den Endokrinologen. Sandra Hasis erlebte Monate, die waren schlichtweg zum Davonlaufen. Und dies wird sie auch. Jedoch erst am Ende dieser Geschichte. Ihr Spießrutenlauf durch Arztpraxen und Spitäler begann 2020 wegen leichter Übelkeit. An einen neuroendokrinentumor dachte dabei niemand. Es waren ja allgemein sehr andere Lebensumstände durch die Pandemie, ein sehr anderer Tagesablauf. Man hat sich gedacht, dass da vielleicht, ja, durch die äußeren Umstände, die alle betroffen haben, irgendwie sich der Körper bemerkbar gemacht hat. Doch nach einigen Wochen verschärften sich die Vertauungsprobleme. Ab Mai ging es einem dann schlecht, dass man nicht mehr aus dem Haus raus wollte, dass man sich mehr zur Arbeit geschleppt hat. Dass man ganz froh war, dass wegen Corona man eigentlich auch nicht mehr Großfreizeitaktivitäten machen konnte. Auch Holger Kapschinski trug mindestens ein Jahr lang einen neuroendokrinentumor in sich. Mit seltsamen Symptomen. Er hatte ständig Verlangen nach Süßem. Das ist so ein schleichender Prozess. Die nehmen vom Gewicht her, nehmen sie zu. Und das kriegen sie aber im Endeffekt, denken sie im ersten Moment, okay, es kann auch altersbedingt sein, dass sie irgendwie denken, dass sie im Alter ein bisschen mehr zunehmen. Aber dass das dann sowas ist, können sie natürlich nicht ahnen. Holger Kapschinski ging unbesorgt durchs Leben, währenddem in seinem Körper ein Tumor wuchs. Neuroendokrine Tumore treten am häufigsten im Magendarmtrakt oder wie beim Patienten in der Bauchspeicheldrüse auf. Herr Kapschinski, das ist Ihr Bild. Das ist der insulinproduzierende Tumor. Hier sehen Sie daneben noch die Leber und die Niere. Entdeckt wurde der neuroendokrine Tumor durch den Hormonspezialisten Immanuel Christ. Das Spezielle an denen ist, dass ungefähr ein Viertel von denen gleichzeitig noch Hormone produzieren. Und das ist speziell an denen. Das machen sonst die normalen, bösartigen, ungutartigen Tumore selten. Im Falle von Holger Kapschinski produzierte der Tumor unkontrolliert Insulin. Das wissen alle, dass Insulin braucht man, dass der Zucker normalisiert ist beim Diabetiker. Und beim Nicht-Diabetiker, wie bei einem Patienten, führt die unkontrollierte Insulinabgabe eben zu Unterzuckerungen. Und dies erklärt rückblickend Holger Kapschinskis Essverhalten. Man hat ja dann wesentlich mehr gegessen sozusagen, weil irgendwie so ein Heißhunger war. Und man war ja in dem Sinne ja dann ohne satt gewesen. Das Perfide ist, dass der Körper sich, je länger das dauert, daran gewöhnt. Essen war für Sandra Hasis bis zur Diagnose eine freudlose Angelegenheit. Denn die Bauchprobleme bestimmten konstant ihren Alltag. Weder die Hausärztin noch der Magen-Darm-Spezialist realisierten, dass ihr Tumor ein Hormon produzierte, welches Verdauungsbeschwerden auslöst. Man hat den ganzen Verdauungstrakt durchleuchtet, nichts gefunden. Es wurde auf Lebensmittelallergien gesetzt. Dann hat man mal ein paar Wochen keine Milch getrunken, ein paar Wochen die Fruktose vermieden und dann wieder von vorne angefangen. Gleichzeitig waren die Mandeln geschwollen. Da wurde mir eine Katzenhaarallergie diagnostiziert. Wegen des ständigen Durchfalls verlor Sandra Hasis stetig an Gewicht und musste notfallmässig hospitalisiert werden. Ich glaube, das Alarmzeichen bei ihr wäre schon Körpergewichtsabnahme, die doch signifikant gewesen wäre. Dass man eine Querschnittsbildgebung vielleicht ein bisschen früher gemacht hätte, das kann sein. Im Spital wurde ihr Bauchraum erstmals durchleuchtet. Die PET-Computertomographie brachte den Tumor in der Bauchspeicheldrüse zum Vorschein. Und hat dann gesehen, mit der Blutanalyse, mit der speziellen Bildgebung, dass es ein Neuroendokinen-Tumor ist und mit allen Pöseln zusammengenommen hat, man konnte dann sagen, jawohl, es ist ein sogenanntes Vipom, oder dieser Tumor in der Bauchspeicheldrüse produziert, VIP. Und das erklärt das ganze Bild, das die Patientin während des letzten Jahres eigentlich gehabt hat. Auch bei Holger Kapschinski führte die unkontrollierte Hormonproduktion des Tumors zu einem notfallmässigen Spitalaufenthalt. Wenn der Zucker zu tief ist, das Hirn lebt nur von Zucker energiemässig, und wenn der Zucker abfällt, dann schlussendlich kommt es zu neurologischen Symptomen und am schlimmsten zu Bewusstseinsverlust. Holger Kapschinski verlor auf dem Nachhauseweg von der Arbeit auch tatsächlich das Bewusstsein. Keine Ahnung, wie lange ich gelegen habe, wo ich gelegen habe und wer mich gefunden hat. Ich weiss bloß noch stückweise in der Ambulanz und das ist alles. Und dann wieder sozusagen in der Unfallstation auf dem Bruthaltsspital. Wenn jemand das Bewusstsein verliert, dann macht man immer eine Zuckermässigung. Und dann hat man eigentlich gemerkt, dass er einen tiefen Zucker hat. Und dann ist man dem nachgegangen und hat dann gemerkt, dass er inadäquates Insulin hat, verglichen, oder in Relation zu diesem Zucker. Und dann hat man das Bild gemacht, und dann hat man das spezielle Bild gemacht und hat es gefunden und hat dann operiert. Dass er sich beim Sturz den Unterarm brach, kann Holger Kapschinski verschmerzen. Dank des Spitalaufenthalts konnte der Tumor im gutartigen Stadium erkannt, und entfernt werden. Bald zwei Jahre ist es her, seitdem bei Sandra Hasis der Neuroendokrine-Tumor entfernt wurde. Dieser war bösartig. Das heißt, Nachfolgekontrollen werden künftig Teil ihres Lebens sein. Die belastenden Monate der Ungewissheit sind jedoch Vergangenheit. Mir geht's prima. Ich fühle mich wie neu. Es ist eigentlich fast nur noch wie ein Traum aus vergangener Zeit. Einen weitaus reizvolleren Traum erfüllt sich Sandra Hasis noch dieses Jahr. Sie wandert aus, von Basel nach Mexiko. Nach so einem Erlebnis erkennt man, dass man einfach nicht ewig Zeit hat. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, die man am Schopf packen kann, dann soll man das auch tun. Herzlich willkommen, Professor Emanuel Christ, bei mir im Studio. Wir haben gerade gesehen, Frau Hasis hatte sehr stark Durchfall gehabt. Woher kommt denn das? Das ist ein spezieller Durchfall. Und er kommt eigentlich von diesem Neuroendokinen-Tumor, wo ein Hormon, einen Botenstoff, produziert, der über das Blut zum Darm kommt und dem zu diesem Durchfall führt. Das ist eine viel, viel seltenere Geschichte, als wenn lokal im Darm ein Tumor, eine Entsündung im Darm selber ist. Das ist viel, viel häufiger, dass das zu einem Durchfall führt, dass eben etwas ausserhalb vom Darm über Botenstoff zum Durchfall führt, ist sehr selten. Und dieser Tumor von Frau Hasis ist in der Bauchspeicheldriese. Er ist bösartig. Da rufen einem gerade alle Alarmglocken, weil Bauchspeicheldriesekrebs ist eigentlich meistens sehr schlimm. Bauchspeicheldriesekrebs ist schlimm. Nur der, den man kennt und der, der die schlechte Prognose hat, kommt von diesen Zellen, die Verdaulungssäfte produzieren. Und nicht von den Zellen, die Hormone produzieren. Die Zellen, die Hormone produzieren, sind in den Inseln angeordnet, in der Bauchspeicheldriese. Und das ist viel der kleinere Anteil. Die sind differenziert, das heisst, sie wachsen langsam und explodieren nicht wie die anderen Zellen, die Verdaulungssäfte produzieren. Das heisst, sie hat eine bessere Prognose? Ja, sie hat per se schon sehr viele bessere Prognosen. Sie hat jetzt auch in zwei Jahren nichts mehr in den Nachfolgeuntersuchungen gehabt. Aber wir müssen das natürlich im Auge behalten. Gerade weil sie langsam wachsen kann, geht es natürlich länger, bis man etwas merkt. Sie hat einfach den einzigen Vorteil noch, wenn man das will, wenn man das als Vorteil anschauen will, dass sie Symptome macht. Und es ist sicher so, dass man jetzt hellhöriger würde, wenn sie wieder Durchfall hätte. Ja. Bei Herrn Kapschinski ist es auch ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse. Der ist gutartig. Ist dort das Problem für immer gelöst? Wahrscheinlich ist das so, dass das Problem gelöst ist. Der ist an sich gutartig. Die allermeisten sogenannten Insulinum- oder Neuroendokrinitumore, die Insulin produzieren, sind gutartig. 9 von 10 sind sie sehr selten bösartig. Und auch bei ihm ist es natürlich so, wenn er wieder komische Symptome hätte und mehr Hunger oder so, dann würde man natürlich auch sehr rasch wieder hellhören. Grundsätzlich, bei welchen Symptomen sollte man an sohnige Tumoren denken? Also, wenn man die Fahasis anschaut, in ihrer Geschichte ist es so, der Körpergewichtsverlust ist etwas Wichtiges. Das Zweite sind die Salzaushaltsstörungen, die sie hatte. Als sie ins Spital kam, war sie schwer. Sie hatte ein sehr tiefes Kalium. Man musste sie über die Venen ersetzen. Und das hat auch dazu geführt, dass sie in der Intermediate-Care war. Das sind so die zwei Sachen, die wichtig sind. Und auch, dass man eine sogenannte Querschnittsbildgebung mal macht. Also, dass man schaut, wie geht es. Kommt das eben nicht vom Darm, sondern ausserhalb vom Darm? Sie haben mir vorher gesagt, dass viele sogar psychiatrisch behandelt werden von diesen Patienten. Bei Herrn Kapczynski ist es so, dass die Unterzuckerungen tatsächlich ein Chameleon von Symptomen machen können. Von neurologischer Seite. Also, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, aber es kann, wie bei Herrn Kapczynski, bis zum Bewusstseinverlust gehen. Es kann Epilepsie machen. Und sehr häufig macht man dort zuerst neurologische Abklärungen, z.B. das MRI vom Kopf oder das EEG. Gewisse werden auch psychiatrisch evaluiert, bis man endlich merkt, dass eigentlich eine Unterzuckerung vorliegt. Weiss man von diesen Tumoren, wieso sie entstehen? Das weiss man nicht. Der ganz kleine Anteil ist vererdbar. Dort weiss man es. Und die anderen, dort weiss man es nicht. Danke schön vielmals, Herr Christ, für die spannenden Informationen. Weitere Informationen finden Sie zu dieser Thematik auch in einem Interview in der Schweizer Familie. Und von Professor Emanuel Christ gibt es noch eine Broschüre zu dieser Thematik. Und die können Sie bei uns auf der Webseite herunterladen. Kinder kriegen ist das Natürlichste auf der Welt, aber nicht für alle. Manchmal geht es nicht ohne künstliche Befruchtung und auch dann ist es nicht einfach. Neu gibt es jetzt die Möglichkeit, Embryonen im Brutkasten zu filmen und zu beobachten. Und das erhöht die Chance für eine erfolgreiche Schwangerschaft. Familie Paganoni mit ihren beiden Mädchen und einem Patenjungen. Eigene Kinder zu bekommen, ist für Regula Paganoni keine Selbstverständlichkeit. Infolge einer Operation in der Jugend ist es ihr nicht mehr möglich, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Ihre beiden Töchter Yves und Zoe sind durch künstliche Befruchtung auf die Welt gekommen. Es brauchte viel Geduld, denn es klappt nicht immer auf Anhieb. Man hat ja dann den Moment, wo man mit einer Behandlung anfangen darf. Dann habe ich immer so die Euphorie verspürt. Jawohl, jetzt geht es los, toll. Und dann kommt ja wieder die Phase nach dem Transfer, wo man muss hoffen und bangen und warten. Und die sind immer sehr anstrengend gewesen. Und das kommt halt dann eben so wellenweis. In der Reproduktionsklinik. Veronique Gautin ist spezialisiert auf künstliche Befruchtung und kennt viele Frauen, die gerne Mutter werden möchten. In diesen Raum kommen sie für die Eizellenentnahme. Das ist so viel Hoffnung für die Patienten. Und das ist das, was wir dann mit voller Respekt behandeln. Und das ist dann die Chance, wenn es nur eine ist, umso mehr die Chance für das Paar ein Baby zu bekommen. Wie kommen sie in der Follikelflüssigkeit, in so ein steriles Röhrchen? Also immer ist es spannend, weil wir zuerst wissen, ist die Eizelle drin? Weil wir haben nur die Flüssigkeit. Und am Ultraschall, so wie im Röhrchen, sieht man es nicht. Wir müssen es zuerst unter dem Mikroskop. Und wenn wir dann sagen, eins, zwei Zellen und Zellen, wie viele Eizellen wir haben, dann ist für alle klar, die Eizellen sind da und das ist dann das, was wir wollen. Nach der Untersuchung sind die Eizellen bereit für die Befruchtung. In derselben Schale befinden sich auch die Spermien. Erstens müssen sie sich bewegen, weil das ist für uns das Zeichen, dass sie leben. Und nachher muss die Kopfform ideal sein. Wir suchen so lange, bis wir ein Spermium haben, das gut aussieht für die Befruchtung. Wenn das Spermium in den Bibetten drin ist, geht man dann zu den Eizellen. Die wäre in so einem Tropfen. Das ist der Anfang von neuem Leben. Durch künstliche Befruchtung. Nach der Befruchtung werden jede Eizelle einzeln gewaschen. Und die nehmen wir mit einer Pipette. Und sie kommen in dieser Schale hinein, wo sie nachher für sechs Tage unter Beobachtung der Kamera kultiviert werden. Im sogenannten Inkubator wird jeder Entwicklungsschritt der Embryonen gefilmt und überwacht. Hier hat man das genetische Material vom Mann und der Frau. Und wenn sie verschwinden, das sieht man hier, dann sind sie verschmolzen. Und klein danach passiert die erste Zellteilung. Und hier jetzt zwei Zellen. Wir sehen auch sehr genau, was in den Zellen passiert. Und das ermöglicht uns nachher zu sagen, welches Embryo die beste Chance hat für eine Schwangerschaft. In den nächsten fünf bis sechs Tagen teilen sich die Zellen mehrmals und entwickeln sich zu einer Plastozyste. Doch auch die besten Voraussetzungen sind noch keine Erfolgsgarantie. Die Chancen mit dem Transfer einer Plastozyste schwanger zu werden, stehen heute im Schnitt bei 35%. Das ist der Raum, wo wir den Embryotransfer machen. Wir benutzen ganz dünne, weiche Katheter. Und der Embryo kommt gerade aus dem Inkubator raus. Und mit dem wird er deponiert in die Gebärmutter von der Frau. Die Paganonis haben den Weg sogar ein drittes Mal auf sich genommen. Nach vier Jahren und mehreren Transfers ist Regula Paganoni schwanger im dritten Monat. Die ersten zehn Tage des Wartens, ob sich der Embryo in der Gebärmutter einnistet, sind jeweils die härtesten. Man geht dann zum Arzt und macht einen Bluttest. Und dann erfährt man, ob der Beta-HCG-Wert angestiegen ist oder nicht. Und das ist nur mal einfach eine Zahl. Und die Zahl sagt einfach aus, dass sich das eingenistet hat. Aber wie sich das dann weiterentwickelt, ob das eine gesunde Schwangerschaft ist oder nicht, das kann auch der Arzt nicht beeinflussen. Das ist die Natur, die das dann weitermacht. Aber man hat natürlich schon das erste Mal das Gefühl, jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Das ist so der Moment, wo er anruft und sagt, sie sind schwanger, der Wert ist angestiegen. Also der ist unbeschreiblich. Das ist echt Belohnung für alles. Ich glaube, besser ist dann nur noch, wenn es geboren ist, das Kind, und man dann wirklich weiss, es ist wirklich da. Wir kommen zur Rubrik Medizin von morgen. Und heute geht es um Eierstockkrebs. Frauen, die Brustkrebs haben, können auch Eierstockkrebs kriegen wegen einem Gendefekt. Jedes Jahr erkranken neu 800 Frauen an Eierstockkrebs und viele sterben dran. Um diese Situation zu verbessern, muss man diese Krankheit besser verstehen. So wird sehr intensiv geforscht, auch am Universitätsspital Basel. Wir haben eine betroffene Frau dürfen filmen, sie will aber anonym bleiben, darum ist ihr Gesicht nicht erkenntlich. Die 63-jährige ehemalige Pianistin erkrankte erst an familiärem Brust und später auch an Eierstockkrebs. Die grossen Operationen und Chemotherapien waren körperlich und seelisch sehr belastend. Ich leide ja unter Schlaflosigkeit, Angstzuständen, Nervenschäden, Muskelschmerzen, Schwäche und Antriebslosigkeit. Das Brustkrebsgen BRCA ist auch wichtig für Eierstockkrebs, Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Professor Viola Heinzelmann-Schwarz ist einer der wenigen Forschenden, die die verschiedenen Untergruppen dieser Erkrankung identifizieren konnten. Dank dieser Erkenntnisse können Ärzte heute früh genug erkennen, ob eine Patientin von der aggressiveren Version betroffen ist oder ob sie eine größere Überlebenschance hat. Die BRCA-Genveränderung bewirkt, dass die eigene Zellreparatur nicht stattfinden kann. Und dadurch, weil diese Reparatur, wenn ein Schaden da ist in unserem Erbmaterial, nicht repariert werden kann, entstehen bei ihr eben bestimmte Karzinome. Und da hat man jetzt Medikamente entwickelt, die diesen Defekt, also diese Hemmung, dass der Reparatur nicht passieren kann, da gezielt eben einsetzen. Künftige Therapien können auf die individuelle Biologie fokussieren. Den Eierstockkrebs wird man aber auch in Zukunft nicht früh erkennen können. Und deswegen ist es A und O, und da plädiere ich wirklich wahnsinnig dafür, dass man Familien screenet. Also dass man immer bei jedem Arztbesuch, dass man rausfindet, was für Krebserkrankungen sind in der Familie. Über drei Generationen Vater und Mutter seidet. Und vor allen Dingen auch, wie alt sind die Leute, wo sie die Erkrankung gekriegt haben. Und das andere, was relevant ist, ob in der Familie jemand früh verstorben ist, jetzt an einem Unfall zum Beispiel. Weil der hätte ja gleich die Gene tragen können in sich und weitervererben können. Und ist halt nicht so alt worden, dass es zur Erkrankung kam. In der Frauenklinik bewährt sich neben der schulmedizinischen Therapie auch die unterstützende Komplementärmedizin. Dr. Isabel G. behandelt die Patientin mit Akupunktur. Nach mehreren Rückfällen ist sie aktuell tumorfrei. Doch sie leidet an Nackenschmerzen, Schlafstörungen und Übelkeit. Die Lebensenergie Qi läuft durch Leitbahnen, die Meridiane. Mit gezielten Einstichen werden Punkte stimuliert, die wieder für einen guten Energiefluss sorgen. Wissenschaftlich hat man jetzt rausgefunden, dass Akupunktur auf viele verschiedene Weisen wirken kann. Zum Teil lokal macht es eine vermehrte Durchblutung an dem Ort, wo die Nadeln gesetzt wird. Es kommt zu einem erhöhten Stoffwechsel, bessere Wundheilung, Lösen von Verspannungen. Und auch Schmerzhemmung und Stressminderung konnten nachgewiesen werden. Und was motiviert die Krebsforscherin und die Komplementärärztin? Mit der Tätigkeit, die ich hier mache, eine Freude machen kann, meine Patientin. Und wirklich auch sehen kann, dass es hilft. Geht nicht, gibt's nicht, sag ich mir immer. Also mich motiviert so eine Herausforderung, so ein schwieriges Krankheitsbild da mehr rauszufinden, tut mich gerade noch besonders reizen, muss ich sagen. Die Patientin versucht heute viel bewusster zu leben und konzentriert sich auf das, was ihr wirklich wichtig ist. Doch habe ich einen Wunsch, ja, da meine liebe kleine Enkeltochter, sie ist gerade acht Monate alt geworden, ja, groß werden sie. Wir sind am Ende der Sendung, ich hoffe, Sie schalten am nächsten Samstag wieder ein. Machen Sie es gut und adi miteinander. Bei Chiropraktik denkt man an ruckartige Bewegungen und knachsende Gelenke. Tut das weh? Ist das gut? Wo gibt es Chancen und Grenzen? Fragen, die wir in einer Spezialsendung vor Ort klären. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Klaronis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. Und Violier, mehr als Labormedizin.